Kann ich mit meinem 60. Lebensjahr im Jahr 2024 schon in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine interessante E-Mail-Anfrage bekommen. Und zwar fragt mich dort eine Dame an, die ist noch in einem Beschäftigungsverhältnis, vollendet am 15. Januar 2024, also in gut zwei Tagen, ihr 60. Lebensjahr. Und die Dame fragt jetzt an, kann ich denn in diesem Jahr 2024 schon in eine Altersrente oder generell in eine Rente gehen? Wie ist da die Rechtslage? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Meine Damen und Herren, ich möchte die Frage im Wesentlichen mit den vier Altersrentenarten, die wir aktuell in Deutschland haben, beantworten. Und da muss ich leider sagen, meine liebe Anfragende und auch alle für diejenigen, die so einen ähnlichen Sachverhalt haben, ich spreche das Wort so nicht aus, aber sie haben im wahrsten Sinne des Wortes die A-Karte gezogen oder schauen in die Röhre. Und zwar verschlechtert sich die Rentensituation für Sie, was den Rentenbeginn anbetrifft, mit Ihrem Geburtsjahrgang 1964 deutlich. Steigen wir einfach mal ein in unsere reguläre Altersrente. Das ist die sogenannte Regelaltersrente. Ich zeige Ihnen das mal. Hier hat der Gesetzgeber im Paragraf 35 eine Regelung getroffen und hat gesagt, die Regelaltersgrenze wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht. Bei unserer Dame ist das so, da sie den Geburtsjahrgang 1964 erreicht hat, hat sie hier schon die erste A-Karte. Sie kann die Regelaltersrente erst zum 1.2.2031 erreichen. Ja, sie ist ja am 15. Januar 1964 geboren. Sie braucht fünf Jahre Wartezeit, die hat sie locker erfüllt. Das heißt also für sie noch sieben Jahre arbeiten oder aber eben vom ersparten Leben oder auf eine andere Rente hoffen. Gehen wir mal weiter mit der nächsten Altersrente und zwar die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Auch hier hat unsere Kundin, unsere Anfragende sozusagen in die A-Karte gezogen. Das ist nämlich mit dem Geburtsjahrgang 1964 auch wiederum eine deutliche Verschlechterung bei dem Renten, bei dem vorzeitigen Rentenbeginn für diese Altersrentenart. Nämlich hier geht es erst mit Vollendung des 62. Lebensjahres los. So sagt es Paragraf 37 SGB VI. Meine Damen und Herren, unsere Mandantin könnte dann frühestmöglich, wenn sie einen Grad der Behinderung von 50 hat und die Wartezeit von 35 Jahren erreicht hat, am 1.2.2026 mit 10,8 Prozent diese Altersrentenart oder diese Altersrente in Anspruch nehmen. Also bei ihr ist es so, bei Ihnen ist es so, erst mit Vollendung des 62. Lebensjahres. Auch hier gucken Sie sozusagen gegenüber den früheren Geburtsjahrgängen in die Röhre. Das hat was mit dem Anstieg der Regelaltersgrenze von 65 auf das 67. Lebensjahr zu tun. Schauen wir uns dann die nächste Rentenart an, die es hier gibt als Altersrente. Das ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Da hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Sie können oder unsere Kundin kann mit Vollendung des 63. Lebensjahres erstmals in diese Altersrente gehen oder diese Altersrente beanspruchen. Sie braucht 35 Jahre Wartezeit. Das kann man also locker rauskriegen, indem man sich mal eine Rentenauskunft holt und da mal reinschaut. Also, unsere Kundin ist ja am 15. Januar 1964 geboren. Das heißt, sie kann mit Vollendung des 63. Lebensjahres, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, dann zum 1. Januar 2027 in Rente gehen. Aber auch hier, nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern bildlich auch gesprochen, guckt sie hier sogar doppelt in die Röhre. Sie bekommt dann hier den maximalen Höchstabschlag von 14,4%. Der berechnet sich für den Zeitraum des frühestmöglichen Rentenbeginns zum 1. Januar 2027 bis zum 1. Januar 2031, nämlich bis zu dem Monat, wo sie erstmals die Regelaltersrente bekommen kann. Richtig ausgesprochen bis zum 31. Januar 2031. Das sind genau diese Monate, wo sie pro Monat früheren Rentenbeginn zum 1. Januar 2027 dann 0,3% Rentenabschlag erhalten. Ich finde, das ist schon eine Höchststrafe. Last but not least, meine Lieblingsaltersrente, nämlich die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Auch hier hat unsere Kundin im wahrsten Sinne des Wortes die rote Karte gezogen letzten Endes. Denn der Geburtsjahrgang 1964 ist genau der Geburtsjahrgang, mit dem diese Altersrente erstmals wieder mit Vollendung des 65. Lebensjahres möglich ist. Unsere Kundin ist am 15. Januar 1964 geboren. Sie kann also erstmals zum 1. Januar 2029 in diese Altersrente gehen und zwar abschlagsfrei. Die gibt es nur abschlagsfrei. Es gibt ja auch keinen vorzeitigen Rentenbeginn, sondern es gibt nur einen quasi einen regulären Rentenbeginn mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Weitere Voraussetzungen, sie muss bis zu diesem Zeitpunkt die Wartezeit von 45 Jahren, die für diese Rentenart dringend notwendig ist, erreicht haben oder nachgewiesen haben. Also kann man also resümieren, Altersrenten sind im Jahr 2024 für unsere Kundin definitiv nicht möglich. Was aber möglich wäre, wäre keine Altersrente, sondern die Beanspruchung einer Rente wegen Erwerbsminderung. Aber das würde voraussetzen, dass unsere Kundin oder vielleicht auch Sie mit 60 dann im Jahr 2024 so weit erkrankt sind oder wegen Behinderung nicht mehr erwerbstätig sein können, sodass Ihnen eventuell eine Erwerbsminderungsrente zustehen würde. Ob voll oder teilweise spielt jetzt erstmal keine Rolle, sondern hier geht es wirklich nur um die Frage, ob Sie einen Rentenbezug bekommen können. Das ist im Grundsatz mit der EM-Rente im Jahr 2024 auch mit Vollendung des 60. Lebensjahres möglich, aber eben unter anderen Voraussetzungen als bei einer Altersrente. Also meine Damen und Herren, Sie sehen, nichts war es mit dem Altersrentenbeginn für Menschen, die im Jahr 2024 das 60. Lebensjahr vollenden. Die haben im Großen und Ganzen die rote Karte, die A-Karte oder aber auch schauen in die Röhre, denn deren Rentenbeginn verschlechtert sich deutlich. Es verlängert sich sozusagen für die Zukunft und die Abschläge bei einer Altersrente für langjährig Versicherte bei frühestmöglichen Rentenbeginn wären dann 14,4 Prozent, was ich auch schon für äußerst brutal halte. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenscheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.